Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 8. Juli Dass ihr nicht von eures Herzens dünken, noch von euren Augen euch umtreiben lasst. 4. Mose 15, Vers 39 Hier haben wir eine Antwort auf eine ganz moderne Fragestellung. Es geht ja heute um die Frage, wem will ich Einfluss auf mich einräumen? Welche Menschen und Mächte sollen mich bestimmen? Für die meisten ist die Frage schnell gelöst. Man hält es einfach mit der großen Menge und lässt sich vom Geist der Zeit treiben. So kommt man am besten durch. Aber die edleren Geister, die Selbstständigen und Denkenden begreifen, auf diesem Weg zerbricht der Mensch im Innersten. Das Gewissen stirbt ab, das Denken hört auf. Man wird dumpf und armselig. So wählen sie einen anderen Weg. Wir wollen unsere Persönlichkeit entfalten. Wir wollen uns nur noch von unserem eigenen Herzen beraten lassen. Mit offenen Augen suchen wir selbst unseren Weg. Ist das nicht genug? Aber nun nimmt Gott zu der Sache Stellung. Merkwürdig. Ein Wort, vor Jahrtausenden zu Gottes Volk gesagt, bekommt aktuelle Bedeutung. Was sagt Gott? Er spricht jetzt nicht von dem Massenweg, den er gewiss hasst. Er sagt den edlen Geistern und denkenden Leuten, Ich warne euch vor eurem Weg, dass ihr euch ja nicht von euren Herzens dünken und euren Augen umtreiben lasst. Das ist zum Erschrecken. Gibt es denn noch einen dritten Weg? Ja, dass man zur Ehre Gottes lebt. Dass man Erlös durch Jesus vom Heiligen Geist Gottes sich bilden und bestimmen lässt. Die Bibel drückt es einmal so aus, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, befreie uns von der Masse und von uns selbst. Sei du unser Herr und die bestimmende Macht unseres Lebens. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich.